die einzigen die mir befehle geben sind meine eier ok dankeschön ok die einzigen die mir befehle geben sind meine eier fertig alles so fertig so fertig aus diese frau ich will nicht mit frauen reiten live gehen oder wala schmeißt die mal ja aber was haben wir mit der zu tun ja leute ich gehe auch aus morgen frühstück ja auch mal so so komm mal kannst du alleine eigentlich sollen die doch alleine kommen ich sag doch meine adresse ich bin doch alleine ich bin doch gerade alleine und da siehst du deine mutter neben mir oder deine schwester neben mir du bitch tiktok sportlich ich bin alleine was willst du überhaupt willst du ah du willst beim obdallah lutschi lutschi machen du kachbe alter schleim dich du wirst kein jahr nachkriegen du kriegst höchstens nur eine amg das platz mcdonalds flutschi flutschi verpiss dich 30 euro jalla ihr köphex kriegst nix nix kriegst du du ehrenlose kennst du alleine kommen ich komm nicht alleine ich komm mit ich komm ich komm mit runter ich komm mit 20.000 ich komm mit 20.000 beiseite ihr holt pistole wir holen kalaschnikopf wir holen keinen beiseite aber lasst mich zu dass irgendein kind meine mutter meine frau beladigt keiner beladigt meine frau und keiner beladigt meine mutter egal wer das ist und ich schwöre bei allah ich stecke dahinter ich schwöre bei allah der mann hat keine Eier. Ihr steckt dahinter. Warum habt ihr nicht im Schutz genommen, wo die Sados auf seinen Kopf getreten haben, auf der Straße? Ich will keinen Namen mehr. Warum? Wo seid ihr? Was laberst du? Mahnud. Biss auf dir die Rede. Die wollen dich nur weiter in Bella reinbringen. Ich bin Abu Bella, Bruder. Ich will, ich will, ich auf meine Mutter, ich will Bella. Ich will Blut. Ich will Bella. Ich bin, man nimmt mich Abu Bella. Ich bin Bella, 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 sein Vater bin ich. Ich bin Bella, sein Vater, Bruder. Soll einer kommen? Wir zeigen euch, was Bella ist. Fertig aus. Er wurde auch misshandelt. Bella ist Stress. Bella bedeutet Stress an die Dienischen. Netti, Dankeschön. Ihr habt keinen Respekt, ihr kriegt keinen Respekt. Habt ihr Respekt, kriegt ihr Respekt. Okay? Ich küsse dein Herz. Dankeschön, Marco. Ich hab eine Armee, ich hab eine richtige Hu. Warum hab ich das Gefühl, dass er nicht knallen will? Läuft es gleich alles mal zu. Yallah. Yallah, lass mal sehen, was geht. Bruder, Wallah, ich lass mich nicht provozieren. Bruder, aber ich lass doch nicht irgendwelche Junkies hier. Ich beleidige nicht Engels. Ich beleidige die Leute, die den beauftragen. Ich weiß, was ich mach. Ich warte nur auf eine Nachricht. Dann zeige ich euch, wer ihr seid. Ich werde euch alle veröffentlichen. Habibia schlafen. Amund ist korrekt, Leute. Geht mit dem Essen. Er lebt, was ihr nicht zu essen habt. Ich schlafe meine Mutter. Ich beleidige die Leute, alle, die ihn beauftragen. Den beleidige ich nicht. Der juckt mich gar nicht. Ich zerstöre dich und deine Mutter. Geh auf. Amen, danke schön. Yallah, Leute, alles mal zwei. Let's go. Alles mal zwei. Was hast du gesagt gerade zu mal zwei Cousin? Was hast du gesagt? Was ist mal zwei, Bruder? Ich hab keine Ahnung, Bruder. Scheiße, ich will nichts. Ich will Blut. Ich will Blut sehen, Bruder. Der will mich knallen, doch. Ich schwöre, der will mich zum Zitter bringen. Leute, wir dürfen die Runde nicht verdienen. Dann bist du rum. Nein, der falsche Fuffis war da. Du bist doch rum. Jenny, danke schön. Jenny, danke schön. Jenny, danke. Einfach zu viel Schiss, Marco. Danke schön. Das ist ein Kuss, den wir nicht geben, wird es eigentlich. Bruder, 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 alles gut, Bruder. Wallah, billah, alles gut. Ich reg mich nicht auf, Bruder. Aber holt mir nicht Junkies, die meine Familie beleidigen. Leute, das schätzt Arroganche nicht. Der ist auf einmal statt. Ich wusste das, Marco. Netti, danke schön. Miss, ja, danke schön. Hast du gesehen, Kapital Bra? Der war live. Wann? Die können trotzdem kommen, Leute, aufpassen. Wann war der live? Erik. Ganz bestimmt nicht. Der war vor zwei Tagen live. Der hat 30.000 Zuschauer und sowas gehabt. Ja, TikTok-Bettler. Erzähl, das war Rangliste. Ja, komm ich gleich, komm ich gleich. Ja, komm ich gleich. Ja, komm ich gleich. Tamam, Bruder. Mach ich. Tamam. Tamam, wir gehen nach dieser Runde. Dann kann der gehen. Ich muss auch paar Anrufe machen, Bruder. Wallah, wieder die Manni-Kousins rufen mich alle wieder an, Bruder. Alle ganz Altendorf ruft mich an, Bruder. Alle wollen sich versammeln, Bruder. Wir wollen kein Bälle an, Bruder. Wallah, haltet doch die Fresse, ja. Haltet doch mal die Fresse an, Alter. Macht kein Bälle, Alter. Lasst uns mal, wir haben Kinder, wir haben Familie hier. Ihr beauftragt keine Junkies auf mich. Kommt selber. Na, aufpasst auf die Uits auch. Wisst ihr, danke für alles. Ganz Essen ruft mich gerade an, Bruder. Ganz Essen ruft mich gerade an. Für nix, für sinnlose Junkies an Racken, die sich im Internet präsentieren. Das macht Bella wegen euch. Ich schwurf meine Mutter an. Ich leute die letzten Sekunden. Aufpassen. Wollen wir aufpassen. Ihr könnt mich nicht brechen. Ihr könnt mich nicht brechen. Solange ich lebe, Allah soll mir ein langes Leben geben. Ihr werdet mich nicht brechen können. Wallah, kennt ihr nicht. Gebt auf. Besser für euch. Gebt auf. Gebt auf. Danke, Netti. Danke, Nussi. Danke, Nussi. Was machst du, Bruder? Der sagt, im Live, redet über meine Frau, Bruder. Was redest du, Bruder? Nochmal antworte ich darauf, Bruder. Was redest du, Bruder? Der sagt, Kopfstuch ausziehen, Bruder. Ich mach Dua für Islam, Bruder. Der Hushar-Mutter sagt, ich bin ein Terrorist. Und sagt, ich bin Christ. Ah, ist Haram jetzt. Ah, jemand, der gläubig schwirrt. Ah, ist jetzt Haram, wenn man auf Allah schwirrt. Hast du das jetzt so Haram? Na, geh raus, Alter. Du hast keine Ahnung, was Islam ist. Alkali, jemand, der gläubig schwirrt, nicht bei Gott. Auf was soll ich denn schwören? Auf deine Socken? Stach vor Allah, Al-Azim. Galas, Galas. Hura, deine Kosex warten. Ich will auf Allah. Auf die Kosex warten. Allah, lass dich, Willa, hier von euch, die kleinen Kinder machen. Ich will auf die Kosex warten.